Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ja, nach langer Zeit mal wieder habt ihr was mit zu... Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Nach langer Zeit komme ich endlich mal wieder dazu zu fahren und auch einen Film zu drehen. Der Winter war lang und dunkel, ich brauche euch nichts erzählen. Ich bin in der Zwischenzeit umgezogen und wenn das Video hochgeladen ist, das heißt ich kriege in den nächsten Tagen endlich wieder Internet, dann kann ich das Video hochladen. Wenn ihr es seht, hat es geklappt und wir drehen unsere erste richtige Runde jetzt, die auch bei dem Wettermarsch passt, in 2022 und würde sagen, wir sind mal an einem anderen Berg bei uns, gucken uns das an und filmen ein bisschen. Viel Spaß beim zuschauen. Ready? 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 Do! Time to run! Time to run! I mean, do! 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 Do, do! 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 Alter, Alter! so wir haben jetzt noch ein paar sprünge im wald gefunden die wir auch gesucht haben für ralf und mich ist das jetzt hier nichts aber lore springt den schon jetzt ein paar mal und kriegt den langsam immer besser hin so Jui hat man da einen Schwung drauf wie geil noch zu langsam, für den kleinen Anstieg die Kurve ist eng, da kommt man ja kaum rum da war da der Weg, den ich eigentlich wollte, wenn nicht das gäbe und dann kommt schon so ein Double okay mit ein bisschen Schwung logo zeigt das, klappt das ganz gut ich denke das wird dann im nächsten Jahr auch klappen ja, ist doch noch ganz schön rutschig hier das Laub ne, das Gap wollen wir nicht nehmen halb kaputt ne, schau mal nicht her der Boot ist so rutschig dass man echt Probleme hat und alles mitschleift man tausend kleine Äste, die hier rumfliegen das war's dann schon für heute mit dem ersten Video in 2022 hat mal wieder richtig Spaß gemacht bei Sonne, draußen was zu machen hat man ja doch vermisst und ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen, mein kurzer Ausflug ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, lasst gerne einen Kommentar da und wie gesagt, bleibt gesund passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal macht's gut bis zum nächsten Mal